Zweites Team in der NFC South, welches wir beleuchten wollen, sind die Tampa Bay Buccaneers. Und die große Frage bei den Tampa Bay Buccaneers ist, was macht man mit Doug Martin? 2016 nur 8 Spiele absolviert, befindet sich inmitten einer 4-Spiele-Suspendierung, letztes Jahr nur 2,9 Yards per Carry. 2015 hat er noch über 1.400 Yards hingelegt, davon war er letztes Jahr weit, weit entfernt. Und um James Winston zu stärken, brauchst du ein gutes Running Game. Letztes Jahr ging ganz viel, eigentlich alles hing von James und von Mike Evans ab. Da darfst du nicht so ausrechenbar sein, da brauchst du einen starken Running Back. Das hat auch Bucks GM Jason Ligt schon gesagt. Das Problem ist allerdings bei Doug Martin, der hat noch 4 Jahre Vertrag übrig. Und sein Backup, Jaquise Rogers, wird Free Agent. Da haben die Buccaneers aber schon gesagt, mit dem wollen sie weitermachen. Bei Doug Martin haben sie auch gesagt, offiziell, es drängt sie keine Entscheidung. Der Junge hat noch 4 Jahre Vertrag, das heißt, da können sie sich ein bisschen Zeit lassen. Es klingt aber alles so ein bisschen nach Abschied. Und für uns persönlich würde es auch Sinn machen, auch für Doug Martin, wenn Doug Martin einen Neustart bekommt in einer anderen Stadt. Und gleich ist es halt auch für die Tampa Bay Buccaneers, die unserer Meinung nach gar nicht so weit weg sind von den Playoffs oder auch gar nicht so weit von einem Division Sieg entfernt sind. Mit Mike Evans hast du einen Top Wide Receiver, du hast mit James Winston einen richtig guten, jungen Quarterback. Du hast eine ordentliche Defense, also was fehlt dir? Ein guter Running Back. Und im Draft ist einer vorhanden, den du möglicherweise an Nummer 19 noch bekommen kannst. Mein geliebter Alvin Kamara würde sich sehr, sehr gut in einem Tampa Bay Buccaneers Trikot machen. Anderer Spieler, der auch immer wieder mit den Bucks in Verbindung gebracht wird, ist natürlich Adrian Peterson, der Free Agent Veteran auf der Running Back Position in diesem Jahr. Deshaun Jackson scheint quasi schon da unterschrieben zu haben, zumindest laut einigen Informationen, die da immer mal wieder durchdringen. Für uns persönlich sollte allerdings die höchste Prio für die Buccaneers sein, einen Running Back Anker festzumachen, möglicherweise Adrian Peterson in der Free Agency Phase zu bekommen. Für uns persönlich sollte die Buccaneers sein, einen Running Back in diesem Jahr.